Feng beginnt. Verkürzt dann noch 3 zu 2. Super. Kein Ballgefühl. Also Geheimtipp, früh nehmen. Früh nehmen, ja. Früh nehmen, kleine Bewegung machen. Ja, das mit kleiner Bewegung, das... Ach, gute Idee. Seid auf! Puh! Ganz flach versuchen sie natürlich auch. Je flach auf und so besser für alle. Ah! Ah! Unglaublich. Echt viel Schnitt drin. Super. Mit der Rückgang. Einzelne Führung für Kanakja. Oh, der ist wirklich so schnell. Das ist eine legendäre Aussage von Richard Brause, als er richtig gut vermeinte, er ist... war ich richtig oft auf Verdacht rumgelaufen, war ein Linkshänder, also Aufschlag, losgewinnen, aber damit er den dritten Satz dann wieder mit einem guten Lauf stoppen kann. Genau. Boah. Sau. Komm, mach ihn. Ja. Sieb. Super. 18. Ich glaube immer noch einmal lang. Nein. Die gekehrte Psychologie. Nein! Bisschen glücklich. Aber ansonsten sind natürlich die Zuschauer oben auf der Tribüne und sieht man sie halt unten da nicht. Genau. Aber man hört sie. Starker Flip. Guter Flip. Genau. Zehn, fünf. Du willst dann natürlich schon richtig lang spielen und nicht halt 15 cm vor die Grundlinie ist harmlos. Ja. Super. Und das Rückhandel ändere irgendwas. Da ist die Banane. Ich habe ein paar Seiten. Das ist ein wenig. Danke. stark aber ist derzeit auch ausgleichen ja ja hier schön ich nach fünften satz und dann macht er ganz locker maximal einmal die rückhand jetzt wechseln genau und oft da bleiben ja genau kam irgendwie ziemlich trocken rüber also super 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 ich denke die sind so professionell dass sie sagen okay ich kann halt einfach keine leistung bringen definitiv super 150 150 mach ihn komm mach ihn ja also ich spüre meine anspannung die halle ist auch sehr sehr ruhig ja was für ein geiler ball da freut er sich mega alter aber der fängt auch da wieder hätte der alles wird der vorhand und der jetzt der ist wahnsinn der ist wahnsinn wahnsinn ja 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 ja